Könnten Sie gerade ein Bild von mir machen? Ja, das ist für meine Frau, die kommt aus Fulda. Das Problem ist jetzt nur, ich habe meine Brühe. Das ist kein Problem. Jetzt sagen Sie mir schnell, ruhig drauf drücken. Auf diesen weißen Brühe. Aber wir müssen erst gucken, dass alles passt. Gut. Wenn Sie dahin gehen würden, guck, ich würde mich hier instellen. Das machen wir erst Ihren weiblichen Sachverstand. Ich bin mir nur ein bisschen unsicher, wie es gut aussieht. Das meinen Sie eher so oder so. Wir können ja verschiedene machen, oder? Oder eher einfach mal, der ist auch. Oh je. Vielleicht kann der Hund draufsitzen machen. Ich könnte auch mal sitzen machen. Ja, kann ich auch. Wollen Sie schön groß drauf? Ja, ja. Darf aber ein bisschen auf Stadtschluss drauf. Jetzt können wir noch mal gucken, die jungen Männer sind da so mit dem Mund so komisch. Sehr, sehr gut, ja. Jetzt würde ich noch eins gerne machen. Okay. Vielleicht, wenn Sie so von unten nach oben. Ja. Geht auch. Sie fasst zu Krono. So irgendwie. Ganz kurz. Herzlich willkommen bei Straßenspaß im HR-Fernsehen. Da ist noch eine Kamera. Sie haben schon einmal im Verstand gezweifelt, oder? Willkommen bei Straßenspaß im HR-Fernsehen. Da ist die eine und da ist die andere Kamera. Und jetzt gehe ich vor Ihnen auf die Filme und sage vielen, vielen Dank für's mitmachen. Vielen Dank.